Herzlich willkommen bei einem neuen Astro-Video. Heute geht es um die Sonnenfinsternis am 25. Oktober, die im Zeichen Skorpion stattfindet. Sonne und Mond stehen also im Radix, wie ich sie gleich einblenden werde, in einer Konjunktion im Zeichen Skorpion und dazu gesellt sich auch noch die Venus. Was bedeutet denn eine Sonnenfinsternis? Denn rein vom Astrologischen her werden die Sonnenfinsternisse etwas stärker bewertet als die Mondfinsternisse, weil sie klarer sichtbar sind. Und wenn sich die Sonne, die Lebensenergie, das Licht verdunkelt, wenn sich da etwas einbrennt, dann sind das schon Ereignisse, wo man sagen kann, die begleiten einen dann länger. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was bedeutet das Sonne und Mond in Skorpion? Skorpion ist ja das Gegenzeichen eigentlich vom Stier. Also der Stier ist ja die Materie, ist das Konkrete, ist unser Wohlstand. Und der Skorpion ist ja das Gegenzeichen, ist also im Geistigen. Das ist das Begehren, das ist das Verlangen, das ist die Vorstellung, die Ideale, die man gespeichert hat. Und da ist das Skorpion natürlich auch sehr, sehr beharrlich drinnen. Und in diesem Zeichen treffen sich eben jetzt Sonne und Mond und auch eben die Venus. Und die Venus ist ja Repräsentant des Stierprinzips, also auch des Materiellen. Und jetzt kann man sich ja mal vorstellen, wenn die Lebensenergie, die Sonne, unsere emotionale Energie mit dem Mond und die Venus, die ja für unseren Wohlstand steht, sich im Skorpion treffen, in dieser Fixiertheit, in immer diesem Begehren, vielleicht wird etwas anders, vielleicht ändert sich mal was, aber es ändert sich nicht konkret, sondern es ist immer die Vorstellung. Es kommt immer ein neues Begehren auf das Alte natürlich. Wenn diese Energien so feststecken im Skorpion, dann heißt das für mich einfach nur, dass das eine, ich habe es auch in der Oktoberforschung schon gesagt, eine gewisse Frustration in sich birgt, eine gewisse Anstrengung in sich birgt. Und das wird auch erleben werden, dass es nicht so leicht vorangeht, so gefühlt auch vorangeht, wie wir es uns vielleicht wünschen. Skorpion ist ja auch das Stirb und Werde, das transformierende Prinzip. Und da geht es ja auch sicher darum, noch einmal, also es wird so einen gewissen Wertewandel geben, der wird mit der Venus im Skorpion natürlich auch noch einmal verstärkt. Und was dazu kommt, ist ja unser klassischer, revolutionär im Stierzeichen, das ist der Uranus. Und da haben wir also zweimal Transformation auf eine andere Art und Weise. Der Visionär Uranus will ja Gleichheit, der will ja etwas Neues reinbringen in die Werte. Und die Venus im Skorpion wird da natürlich schon so, die wird dazu aufgefordert, lass etwas wegfallen, lass etwas sterben. Prüf auch noch einmal ganz genau, was passt für dich, was ist für dich tragbar und was ist nicht mehr tragbar. Also das ist schon einmal so ein Spannungspunkt bei dieser Sonnenfinsternis. Was auch auffällig ist in dem Horoskop, Wir haben eine Jupiter-Mars, ein Jupiter-Mars-Quadrat. Also Jupiter ist gerade, der ist ja auch gerade rückläufig in diesem Horoskop, aber der ist gerade so an der Spitze wieder, also wo der eigentlich Energie kriegt und wird eben im Quadrat bestrahlt mit dem Mars, der im Zwilling zu finden ist. Und das würde für mich auch wieder heißen, da wäre zwar ein Druck da, dass man etwas neu beginnt, etwas optimistischer beginnt, aber es funktioniert nicht so. Der Optimismus lässt auf sich warten. Und das wird für mich noch einmal verstärkt durch das Quinkungs, dass der Jupiter sowohl zur Sonne im Mond, also zu unserem Paket da rauf im Skorpion hat. Also das ist so ein Frustrationsaspekt. Das heißt so, die Erleichterung, das Neue, nachdem wir uns sehnen, lässt jetzt noch auf sich warten. Und da braucht man schon einen langen Atem und soll sich nicht erwarten, dass da so schnell etwas neu wird, dass da was anderes wird. Das ist so ein bisschen blockierte Energie. Auch wenn der Mars natürlich sagt, komm, hab mal vielleicht mal eine neue Idee, hab mal irgendwo, denk da noch mal nach, was kannst du vielleicht noch machen, was kannst du neu beginnen. Da ist einfach diese Blockade mit da und kommt nicht so in Fahrt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Was noch auffällig ist, wenn wir jetzt schon bei Mars im Zwilling waren, der Merkur steht ja im Waagezeichen. Und der hat in diesem Sonnenfinsternis-Horoskop auch einige Aspekte drauf. Und zwar finde ich schon mal auffällig, das Quinkungs zum Neptun. Das heißt, unser Handeln, unser Denken wird wieder eingedämpft, wird wieder zurückgeschraubt, wird aufgelöst, wird eingeweicht. Mit der Waage heißt es auch das Soziale, der Austausch. Also da könnte ich mir vorstellen, und das in Kombination mit Saturn-Uranus, diesem Quadrat, was wir da haben, da könnte ich mir natürlich wieder vorstellen, neue Regeln, dass wir da noch mal was erleben. Ja, Schlagwort Pandemie und eventuell neue Bestimmungen, die da kommen könnten. Das, was diese Deutung noch verstärkt, wäre das Pluto-Quadrat hin zum Merkur auch. Also Merkur hat auch ein Quadrat zu Pluto hin. Und das würde für mich wieder bedeuten, also Pluto im Steinbock, das ist ja eben so diese Machtausübung auch über Regeln, über Gesetze und eine gewisse starre Struktur auch, dass man sagt, okay, das wird wieder eingeschränkt, das wird wieder wirksam, da kommt eine gewisse Frustration wieder auf dich zu. Als letzten problematischen Aspekt in dieser ganzen Kombination möchte ich auf das Quinkungs hinweisen, dass wir zwischen Pluto und Mars haben. Pluto und Mars ist ja eine sehr geladene Konstellation und mit Quinkungs ist das immer sehr frustrationsbehaftet. Das heißt, wir haben Pluto im Steinbock stehen und den Mars in den Zwillingen. Ich habe ja schon erwähnt, der Mars möchte ja vielleicht was Neues, aber eigentlich wird man runterreglementiert, eingekesselt, eingeengt durch Vorstellungen, womöglich eben von Gesetzgebern her und das friert ein bisschen so diese neue, diese frische Energie ein. Du siehst also, dieses Sonnenfinsternis-Horoskop hat es durchaus in sich und ich persönlich würde den Tipp geben jetzt, wenn man sich das anschaut, ist, erwarte jetzt nicht zu viel Neues, ich bleibe bei dir. Es kann auch sein, dass du von der Energie her ein bisschen leichter gereizt bist oder irgendwo einen Druck verspürst, aber das ist ja diese, ich habe es im Oktober-Video schon gesagt, das ist ja diese schwelende Frustration, die wir jetzt haben, generell über diese Tage noch und auch, die uns das Jahr noch begleiten wird. Also das ist ein bisschen anstrengend, aber das ändert sich, das wird wieder anders. Also das kann ich dir auf jeden Fall garantieren. Und es geht in solchen Zeiten nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern eher im Rhythmus, möglichst wohlgestimmt, mit möglichst positiver Einstellung, da durchzugehen. Und die Zeit fließt, auch das geht vorüber und uns erwartet sicher ein spannender Herbst und ich bin gespannt. Also es ist eben wirklich dieses, es liegt in der Luft, es knistert für mich auch vom Astrologischen und schauen wir mal, was sich da tut und was uns erwartet. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare, freue ich mich immer drüber und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereigny. Tschüss und eine gute Zeit.